Grüezi. Ich hätte gerne drei Eintritts-Bilette. Eins für mich, eins für den jungen Burscht und eins für den Globi. Gerne, das macht für Sie ein Ganzes, für den Burscht ein Halbes. Und der Globi kann gratis sein. Ah. Der Globi gratis? Wieso? Der ist ja selber der halbe Vogel. Ja, da hat sie recht. Und was für ein Lustiger. Seht da, Hans, da hast du dein Billett. Oh, danke, vielmal. Und dir, Globi, hätte ich natürlich auch gerne etwas geschenkt. Wie wäre es mit einer Banane? Oh, ja, eine Banane. Das ist eine gute Idee. Warte, ich gehe schnell zu diesem Kiosk-Kübere. Also, die Frau Moll ist dann eine nette. Ja, ja. Und all das verdanken wir nur meinem Rollbrett. Ja. Ohne das hätte ich so den Dieb auf dem Döffel nie verwünscht. Ja, ja. So, da wäre die Banane. Danke vielmal. Mit dieser gehen wir jetzt zum Samson. Wer ist der Samson? Ja, der Gorilla in diesem Käfig dort. Aha. Der Saptit. Ja, kommen Sie, Frau Moll. Kommen Sie.